Anatomie für femorale Punktionen und Kannulierungen. Du hörst Radio Megaherz, der Podcast über Ultraschall in der Anästhesie. Mein Name ist Tim Mecken und heute zu Gast habe ich zwei Gäste, die unabhängig davon, dass sie zwei töfte Typen sind, sich unglaublich detailliert mit der Anatomie in der Leistenregion auskennen und ich begrüße Anselm Schwemmer und Stefan Orthaber zu diesem Remote-Video-Podcast. Hallo ihr beiden, Grüße nach Österreich. Hallo Tim, danke für die Einladung. Ich freue mich tierisch. Das ist nicht gespielt, das ist etwas seit Tagen, haben wir schon kommuniziert, oder? Da ist schon alles heiß gelaufen in deinem E-Mail-Konto, haben die Tickets sich schon übersteuert quasi, dass wir irgendwann nicht mehr wussten, welches Ticket jetzt was macht, aber wir haben es irgendwie auf die Reihe bekommen und ich möchte euch sagen, danke nochmal für dieses wunderbare T-Shirt. Wie man sieht, der Anselm und ich tragen es schon zur Einweihung quasi. Wir tragen seit einer Woche nichts anderes mehr. Ja, also wenn ihr ein zweites braucht, wenn du es noch eine Woche tragen willst, ich schicke gerne eins zu. Also vielen Dank. Ja, Stefan, du hast recht, es ging eine Menge E-Mails hin und her und zwar, weil das mit der Anatomie gar nicht so einfach war. Und wir kommen gleich nochmal dazu, wer ihr seid oder was ihr macht und warum wir uns treffen, aber das mit der Anatomie und diesen Zeichnungen und der Nomenklatur, das ist tatsächlich ein Thema für sich. Und für die Hörer heute ist besonders wichtig, dass, glaube ich, so die Kernaussage ist, dass die Leistenregion reich vaskularisiert ist und deswegen auch ein Potenzial birgt für unerwünschte Komplikationen. Genau, ja. Also das war, eigentlich ist das interessant, die Region selber ist, man merkt es wieder einmal bei der Anatomie auch selbst oder der Anselm und ich sind dann gestern noch zusammengesessen und haben versucht, das noch zusammenzufassen. Und da merkt man erst, so wie es oft ist in der Medizin, wenn man mit einem Teil anfängt, dann geht es erst richtig in die Tiefe. Und wie komplex die Region eigentlich ist, werden wir vielleicht heute kurz anschneiden. Aber wie du schon gesagt hast, Tim, ist das eigentlich gar nicht so easy, wie man es vielleicht sich manchmal vorstellt, dass da drei, vier Gefäße vielleicht herausgehen oder hineingehen und dann ist das eh alles im Becken quasi. Sondern das ist eigentlich wahnsinnig komplex als Umschaltstelle von quasi aus dem abdominellen Raum oder vom Rumpf hergehend in die Extremitäten. Eigentlich ein bisschen auch so wie im Bereich von der Axilla, was auch ein interessantes Thema für einen Videocast wäre, kann ich hier gleich sagen. Ja, also noch lacht er ja und noch macht Spaß, noch ist es der erste Podcast, aber wenn das gut läuft, ihr seid festgebucht, Jungs. Du, immer gerne. Wir freuen uns eigentlich schon wieder, schauen wir mal, wir freuen uns schon wieder auf Herbst. Ich hoffe, es geht sich aus. Wir kennen uns ja schon, aber die Hörerinnen, die Hörer, euch noch nicht. Stefan, dann fange ich mit dir einmal an, weil ich dich etwas länger kenne als dich, Anseln. Wir haben uns in Graz kennengelernt. Ich glaube, da war ich mit dem Dr. Litz einmal in der Anatomie in Graz. Da wollten wir eigentlich zu Georg Feigl, zu Preußer Feigl. Da warst du schon am Präparieren im Präpariersaal. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich, Schwerpunkt Anatomie natürlich. Und ich bin gespannt, was du jetzt erzählst. Also, mein Name ist Stefan Orthaber. Ich komme aus Österreich, habe in Graz studiert, wo eben, wie der Tim schon gesagt hat, wir uns dann auch getroffen haben, wie der Professor Feigl in Graz war und quasi dann zwischenzeitlich Interims-Chef war. Da habe ich da relativ intensiv auch mit dem Georg zusammen, also mit dem Professor Feigl dann Forschungsarbeit betrieben und habe relativ viel präpariert. Und da ist halt meine extreme Nähe zur Anatomie auch gekommen, eben auch als Tutor oder Demonstrator. So jetzt bin ich gerade als Turnusarzt unterwegs quasi und mache gerade meinen Turnus und nebenbei auch, so wie der Anselm, ein paar anesthesiologische Schwerpunkte mit Schmerzmedizin und Notfallmedizin und solchen Sachen, dass man da quasi klinisch auch dran bleibt, um quasi das zu behalten. Und ja, die Anatomie ist trotzdem für mich immer ein wichtiger quasi Punkt geblieben, zu dem ich immer wieder gern zurückkehre. Deswegen jetzt auch sehr gefreut über die Einladung zum Videocast, anatomisch mitzunehmen. Hanselm, und wir haben uns erst später kennengelernt und zwar beim Kurs. Da war Georg Feigl schon an der Uni in Witten in der Anatomie. Da hast du mitpräpariert. Und ich muss noch Georg und euch beiden fragen, ob ich das Foto, was ein Kollege dort gemacht hat, freigeben darf. Da seht ihr nämlich beide hochkonzentriert, zusammengebeugt am Präparieren. Und das ist ein grandioses Foto und das zeigt auch die Liebe zur Anatomie. Hanselm, erzähl doch was über dich. Wie bist du in der Anatomie verblieben? Wo kommt dein Interesse her? Was machst du? Kurz zu mir. Mein Name ist Hanselm Schlemmer. Gleich wie der Stefan komme ich auch aus Österreich, aus der Steiermark. Habe auch in Graz Humanmedizin studiert. Bin jetzt seit zwei Jahren fertig. Aktuell bin ich auch im Spitalsturnus. Ich habe während dem Humanmedizinstudium zwei Jahre als studentischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Anatomie gearbeitet. Und nach Studienabschluss auch zwei Semesters Assistenzarzt auf der Anatomie und war in erster Linie in der Lehre beschäftigt. Also Betreuung von Seziakursen. Habe so auch Lehre- und Forschungspräparate erstellt. Faszination von Anatomie, das ist halt, wie soll man sagen, in Graz von Anfang an, wenn man mit so vielen leidenschaftlichen Lehrern, Lehrenden zu tun hat, irgendwann reißt einen das mit. Und wenn man dann Glück hat oder damals Glück hatte, auf der Anatomie studentische Mitarbeiter unterzukommen, dann lässt einen das auch nicht mehr los. Und das setzt sich bis zum heutigen Tage fort. Und eben jetzt, man auch im Spitalsturnus Anatomie begleitet einen ganzen Tag. Sei es, wenn man jetzt mit Bildgebung zu tun hat, mit Ultraschall in der Ambulanz, auf Station, wo auch immer, Befunde aller Art. Das kann man immer brauchen. Und ich finde, das ist auch die Quintessenz, das, was man auf der Anatomie den Studierenden vermitteln soll. Und ich finde, der Podcast ist die perfekte Plattform, um das, sage ich mal, auf die nächste Stufe zu heben. Entweder für besonders interessierte Studierende und dann vor allem auch klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte. Super, dann hast du ja die Latte schon mal hochgelegt. Da möchte ich gerne noch einen draufsetzen. Wir versuchen, einen Videopodcast zu machen. Deswegen heute auch der Remote Podcast. Und wir haben gerade eben noch, bevor der Podcast losging, getestet, wie wir auch Bilder und Zeichnungen, die wir vorher angefertigt haben und diskutiert haben, besprechen können. So, Schwerpunkt, das ist ja Staffel 1. Wir tauchen jetzt mal ins Business ein. Staffel 1, Ultraschallgestützte Gefäßzugänge. Wir sind in der Episode 11 und da geht es um die femoralen Kanulierungen. Ganz banal, ich würde mit der Nomenklatur anfangen, weil im Englischen und im Deutschen, in der Klinik und in der Anatomie sind es quasi vier Paar Stiefel. Ja, ich würde fast sagen, ist ein guter Stichwort am Anfang. Was man, glaube ich, als erstes ansprechen sollte, ist, dass sich die anatomische Terminologie und das, was die klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte verstehen, oft nicht Hand in Hand geht. Bestes Beispiel und an der Stelle, glaube ich, besonders relevant, ist es in Bezug, wenn wir schon über die Leiste sprechen, auf die Arteria femoralis. Vom Prinzip her, die Anatomie hat sich da nicht besonders viel überlegt. Es gibt die Arteria femoralis, geht aus der Arteria liaca externa ab, ab dem Leistenband spricht man vom Arteria femoralis, und danach der Arteria profunda femoris, den die Tiefe zieht, Muskeläste abgibt etc. Ja, der Hauptstamm heißt einfach ganz simpel weiter, Arteria femoralis zieht in den Adduktorenkanal und dann durch den Heratus adductorius Richtung Kniekehle. Die Kliniker sehen das ein bisschen anders. Von dem her gibt es da die Unterscheidung, dass es eigentlich an sich keine eigene Arteria femoralis gibt, sondern ab dem Leistenband eine Arteria femoralis communis. Genau, da sieht man das sehr schön. Arteria liaca externa, sehen wir da links im Bild. Also eigentlich wäre das proximal, beziehungsweise in dem Fall sind wir ja schon im Rumpf, also kranial. Arteria femoralis communis. Und dann eben eine, was in dem Bild des Arteria femoralis bezeichnet ist, würde der Kliniker dann Arteria femoralis superficialis nennen. Das hat die Bewandtnis, das heißt sozusagen nach dem Motto, wenn es eine tiefe Oberschenkelschlagader gibt, muss es auch eine oberflächige geben. Ja, ich würde sagen, für den Podcast ist es wahrscheinlich das Sinnvollste, wenn wir uns da eben wie in dem Bild dargestellt, streng an die anatomische Nomenklatur halten. Aber die Kliniker, jetzt mal weg von den Gefäßen, zur Regionalanthensie gehe, dann sagen die, geh auf Höhe der Arteria femoralis communis. Und damit ist gemeint, die Arteria femoris profunda. Jetzt geht es um Praktikabilität und was ist anatomisch korrekt? Also naja, wenn ich da kurz einhaken kann, wie gesagt, es ist schon eingemündet im Sinne der Arteria auch wieder, die ist quasi noch nicht abgegangen. Das wäre dann im Sinne von, wenn wir jetzt so bei der Vene, genau, ja, da ist man wieder. Man verhaspelt sich dann, also gut österreichisch gesagt, bei solchen Sachen. Vom Prinzip her wäre das, was der Kliniker, egal ob es Arteria oder Vene ist, femoralis communis nennt, der Abschnitt zwischen Leistenband und dem Abgang im Falle der Arteria profunda femoris oder dem Einmünden der Vena profunda femoris. Das wäre jetzt sozusagen, was der Kliniker unter der femoralis communis versteht. Und was der Kliniker als optimaler Punktionsstelle. Genau, also das wäre auch, worum wir kurz gesprochen haben, über die, sage ich jetzt einmal, blinde Punktionsweise ja auch der Punkt, wo man quasi dann unterm Leistenband tastet, wo man den Puls quasi auch tastet und dann sagt, da muss ich jetzt hin. Das wäre dann quasi diese Stelle, wie man das in der Klinik dann nennen würde. Genau, ja. Diese Strecke, dann nennen wir sie die Arteria femoris communis. Diese Strecke, bis die Arteria femoris profunda abgeht, vom Leistenband bis zum Abgang, ist relativ kurz. Was schätzt ihr? Also ich würde sagen, zwei, drei Zentimeter. Mehr ist das nicht. Im besten Fall. Also ich glaube, viel mehr wird es nicht. Also drei Zentimeter ist dann sicher schon etwas lang, weil das relativ bald dann hinter dem Oberschenkel, Knochen und Richtung Becken dann Äste abgibt, die profunda femoris. Also ja, zwei Zentimeter würde ich sagen. Auch wenn natürlich der genaue Abgang variiert. Also das, wie überall bei den Blutgefäßen, gibt es einen hohen Grad an Variabilität. Wollen wir mit unserem ersten Schnitt einmal anfangen, über den wir schon so lange diskutiert haben. Dann würde ich den einmal freistellen. Das wäre jetzt der Schnitt durchs Leistenband. Topografische Anatomie. Genau, also das wäre, hier würde man quasi auf die rechte Seite der Hüfte so etwas von unten vorne drauf schauen, wenn man es sich quasi plastisch vorstellen möchte. Und hier sieht man dann durch den Querschnitt, falls du das mal zeigen kannst, Tim, quasi dann die verschiedenen Lakunen, wie sie auch benannt sind und die Strukturen, die dann durchgehen. Mit der Lacuna Vaskulorum. Genau, also die Lacuna Vaskulorum hätten wir dann hier relativ, sagen wir jetzt mal, in der Mitte gelegen. Natürlich ist unsere, in dem Fall muss man sagen, ja, ventrale Begrenzung dann immer das Leistenband selbst. Und nach oben, wie wir dann später auf Schnitten noch sehen werden, geht es ja dann weiter Richtung Peritoneum, Bauchraum, Subserösenraum. Und dann nach medial hätten wir das Ligamentum Lacunare und vorher noch den Anulus Femoralis oder eben auch, wie es dann manchmal genannt wird, der Septum Femorale. Und nach lateral, ganz wichtig, den Arcus Iliopectinius. Den musst du dich ja auch nachzeichnen, den hast du dir ein bisschen kräftiger gewünscht. Genau, das ist dieses Grüne, was man im Bild sieht. Ist in dem Fall nicht so unwichtig, weil das eben genau die laterale Begrenzung ist dann von dem Bereich, dass man hier dann rüber in die Lacuna Vaskulorum kommt und nach unten haben wir dann eigentlich Faszie oder Knochen. Wenn man ganz anatomisch genau ist, wäre es ja die Fascia Pectinea, die das Ganze begrenzt über dem Musculus Pectineus und darunter eigentlich der Peck, den Ossis Pubis oder Ramos Superea. Der auch wieder natürlich vom Periost bedeckt ist, beziehungsweise von verstärkten Bindegewebszügeln. Genau, also das mit dem Bindegewebsraum, da kommen wir eh nachher noch dazu, aber das ist spannend. Das haben wir auch immer unseren Studenten, sage ich jetzt einmal, etwas vereinfachter erklärt. Aber der Anselm und ich haben uns dann da auch gestern wieder zusammengesetzt. Und das ist wirklich interessant, wenn man das ganz genau nimmt, wie viele Bindegewebsschichten da wieder mal dazwischen sind. Und alles Bereiche, die man wahrscheinlich, wenn man da jetzt zum Beispiel auch hineinstechen würde, dann auch die Nadel durch muss wahrscheinlich, oder Tim? Ja, für das Leistenbandes würdest du ja nicht punktieren. Das willst du ja heile lassen. Das ist jetzt der Schnitt Leistenband und die Leistenfurche oder Leistenbeuge wäre etwas weiter kaudal. Und dort würde man punktieren, aber das wäre zum Beispiel da, wo Arteria und Vena femoralis eingesegnet wird. Das könnte der Endpunkt für die Kanülenspitze sein. Ja, also von der Oberflächenanatomie her ist diese Furche, wie du es so schön nennst, die man sieht quasi am Patienten etwas kaudal zum eigentlichen Ligamentum inguinale. Was ja auch gut ist, weil beim Mann zum Beispiel, das haben wir ja auch besprochen, geht ja oben noch der Samenstrang drüber. Relativ nahe in Verbindung zum Ligamentum inguinale und sonst würde man ja immer den punktieren, wenn man da reinsteht. Wir haben da zufällig ein Bild vorbereitet, Stefan. Ganz zufällig. Nochmal zurück zur Leistenfurche. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier reingespielt. Ja, du siehst das Ligamentum inguinale und der Funktionsort wäre etwas weiter kaudal. Und das verdeutlicht jetzt auch schon die Verbindung zum Retroperitonealraum, ne? Ja, genau. Also die ganzen Blutgefäße müssen ja eigentlich aus der tiefen Oberschenkelregion dann Richtung Retaperitoneum beziehungsweise in weiterer Folge Richtung Becken zurück, beziehungsweise von dort auf den Oberschenkel. Eine Funktion in dem Bereich, sei es jetzt extravasat, würde sich dann eben ausbreiten. Eben Richtung Retaperitoneum und kleines Becken. Falls es sogar zu einer Fehlpunktion kommt, könnte es sich sogar unterhalb der Faszie vom Muskelsilium psoas gegebenenfalls ausbreiten. In der Theorie, keine Ahnung, wie praktikabel oder das wirkliche wäre. Wir haben noch das erste Ultraschallbild gesehen, wo die Arteria iliaca, sobald sie über dem Ossis pubis ist, nach Dorsal steigt, ne? Die steigt so ab. Das ist wirklich vom Verlauf her, wie man hier auch vielleicht, das ist auf einem zweidimensionalen Bild immer schwierig, aber man kann sich das wie auf diesem Bild entlang dieses gelben Pfeils, den du da schön in den Anulus Femoralis hineingelegt hast, eigentlich vorstellen. Die Gefäße machen auch, wie du gesagt hast, die kommen, wie man es schön in deinem Ultraschallbild gesehen hat, daher. Die kommen quasi vom Becken und dann steigt es zuerst etwas auf und dann geht es eigentlich relativ gleich mal etwas in die Tiefe ab. Und dann geht auch relativ bald mal die Arteria profunda femoris ab, wenn wir jetzt von Arteria sprechen. Und dieser Knick, der bleibt ja auch immer etwas erhalten, auch wenn man quasi die Hüfte in maximale Beugung oder so geben würde, ist dort immer quasi eine Stelle, wo diese Gefäße, wie man hier so schön sieht, in den Gefäßtrichter, kann man salopp sagen, hineingesteckt sind. Also als Übergangsstelle zum Beispiel. Das Wort habe ich auch von euch gelernt im Rahmen der Vorbereitung. Gefäßtrichter war mir so nicht bewusst. Vielleicht könnt ihr es nochmal ein bisschen genauer sagen. Bist du Anselm oder? Na, mach du gleich, du hast es angesprochen. Also genau, der Gefäßtrichter selber, wir haben das ja, wenn man vielleicht das auf dem Bild sonst nochmal kurz her zeigen kann. Willst du das gleiche Bild? Das gleiche Bild am besten, aber machen wir zuerst das gleiche Bild noch ganz kurz. Jetzt ist das in Ordnung, weil sonst fangen wir mit dem einfach an. Genau, ja, sehr gut. Genau, also falls man, wenn man das hier jetzt so sieht, das ist quasi so ein bisschen ein Hybridbild, kann man sagen. Man sieht hier einerseits die Vorderseite vom Oberschenkel und dann sieht man hier, wo der Psoas Major, also ganz oben im Bild, wäre da noch die Wirbelsäule dran. Das heißt, man sieht von oben vom Becken etwas hinein. Und da sieht man, wie jetzt die Gefäße, wenn man das Ligamentum inguinale hernimmt, hier einen Weg nach unten aufs Bein beschreiben und hier eigentlich durch so eine fast, sage ich jetzt einmal, dreiecksförmigen Trichter hineingesteckt sind. Und da sind wir wieder beim Arcus iliopectineus, der da wichtig ist. Der ist ja quasi nicht, wie man auf dem ersten Bild gesehen hat, nur so einfach ein Septum, das heruntergeht, sondern ist wirklich so fächerförmig fast, aufgespannt, Richtung Ramus superiopsis pubis. Und wenn man das dreidimensional durchdenkt, dann sind jetzt quasi die Gefäße eben dann so durchgesteckt durch diesen Bindegewebstrichter und kommen dann da aufs Bein. Und dann haben wir da noch ein schönes Bild dazu, das nächste, wo dieser Gefäßtrichter mit den Faszien dargestellt ist, glaube ich. Das war das nächste. Ich glaube, das war das aus dem Tandler, gell? Es kommt das Bild von Tandler und da muss ich auch sagen, das, was ihr rausgekramt habt. Wir haben jetzt Lanz Wachsmut, Zuckerkandl, Tandler, Corning und das ist alles 19 und ein bisschen, ne? Ja, das hat die anatomische Literatur komischerweise teilweise an sich. Da denkt man immer bei anderen Fächern, ah, alte Schinken, was wollen die damit, was soll man damit noch anfangen? Aber in der Anatomie ist es interessant, da hat sich das teilweise etwas so entwickelt, dass man, wenn man wirklich Detailsachen recherchieren möchte, muss man fast die alte Nomenklatur nehmen, weil damals wurde das, möchte ich fast, falls jemand sich das mal antun möchte, diese Bücher auch zu lesen, fast jedes Detail zelebriert. Also der Lanz Wachsmut, da steht extra ein Vorwort drinnen, wer anatomische, makroskopische Forschung betreibt, sollte vorher in den Lanz Wachsmut schauen, dann erübrigt sich vieles. Zu Variationen und wo wir später noch drauf kommen, das findet man dort. Zurück zum Gefäßtrichter, du wolltest diese Abbildung haben, ne? Mit den Faszien. Ah, wunderbar, genau, ja. Das ist jetzt quasi diese Abbildung mit dem Gefäßtrichter, das sieht man unten dann am kaudalen Ende, in dem Fall quasi angeschnitten, noch die Arteria femoralis und Vena femoralis. Und jetzt haben wir wieder hier die Vorderseite vom Oberschenkel und hier wurde quasi dieses ganze, dieser ganze Bindegewebige und Fettpropf, der hier in der Fossa ovalis, zur Erklärung drinsteckt, quasi herausgenommen. Und dann sieht man hier quasi in die Tiefe und das ist alles quasi von Fascia pectinea einerseits bedeckt. Hier ist noch eine kleine Brücke mit der Fascia lata stehen gelassen worden und dann sieht man daneben aus der Lacuna musculorum und quasi vom Becken kommen schon die ersten Beckenmuskeln mit der Hüftgelenkskapsel. Und wenn man sich dieses Konstrukt jetzt herausnimmt und wie wir vorher quasi von oben gesehen haben, dann ist das quasi ein unten dreieckiger, spitz zulaufender Trichter. Und da kommen jetzt die Gefäße aus dem Beckenraum oder aus dem, in dem Fall retroperitoneal gelegen, nachdem sie alle von der Bauchraorte abgegangen sind, hier zum Bein herunter. Und von dort, da sieht man jetzt auch wunderbar, der Tim hat das schön eingezeichnet, diese ganzen quasi Löcher in dieser Faszie, die man da am Boden auch sieht. Und da kommen die ganzen Gefäße quasi wie durch diese Fascia criprosa, wie sie hier heißt, durchgesteckt dann an ihren Ort, wo sie hin sollen und sind quasi dort eingewoben mit diesem Fett- und Bindegewebige. Das macht es ja auch schwer, die Fascia lata im medialen Bereich klar zu beziffern, also mir auf jeden Fall. Man muss aber sowieso sagen, dass die Fascia lata nach medial hin, also medial des Sartorius, generell jetzt nicht so dicht ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass eigentlich dadurch jede Menge Strukturen, seien es Lymphgefäße, Arterien, Venen und Nerven durchtreten müssen. Also es ist richtig durchlöchert praktisch. Plus, wenn man das dann auch im Seziersaal sieht, dann kann man auch oft die Fascia lata an sich nicht klar abtrennen oder klar bezeichnen, weil einfach darüber für die ganzen Strukturen so viele einzelne Fett-Faszien-Tunnel, Dindo, du machst sehr viel Nervenschall, also generell diese fast wie Kanäle für die Leitungsbahnen sich darüber lagern. Also da nimmt man eine Schicht weg, kommt zu einem Nerv oder zum Lymphgefäß und kann man wieder eine Schicht wegnehmen. Und dann irgendwann ist man dann bei der Fascia lata oder eigentlich bei dem, was man als diese bezeichnen könnte. Ich habe neulich ein Video gesehen eines größeren Regionalanästhesie-Ultraschallportals in den USA. Da war dann die Fascia lata als so fetter weißer Balken übers ganze Bein gezogen. Und das ist vielleicht gar nicht so viel. Wir haben ja noch ein anderes Bild nachgemalt von Emil Zuckerkandl. Das können wir vielleicht auch noch eben zeigen, weil das noch gerade zum Gefäß tricht hat. Bitte, ja. Das passt gerade gut dazu, genau. Und Zuckerkandl war ja auch kurzzeitig Vorstand der Anatomie in Graz, muss man sagen. Um das kurz beiläufig zu erwähnen. Wir können gerne auch noch einen Podcast über Anatomie-Geschichte machen. Und Schüler von Josef Viertel. Da sind wir wieder bei der Hürtelschen Schule. War dann auch in Wien. Und selber Lehrer von Tantla. K. und K. Hofratz. Genau. Wo sich der Kreis quasi der österreichischen Anatomie schließt, könnte man meinen. Genau, ja. Also da sehen wir jetzt noch dieses wunderbare Bild. Und da sieht man, da ist jetzt die Faszialata, wie du schon schön gesagt hast, Tim. Die ist ja auch, finde ich gut, dass man da immer, wenn man die Anatomie kennt, und ich schale selber sehr gerne in der Ambulanz und schale wahnsinnig viel, weil mir das auch Spaß macht, weil der Ultraschall ist im Endeffekt angewandte Anatomie, könnte man sagen, in der heutigen Zeit, falls du mich da bestätigen kannst. Da sieht man auch, wie du schön gesagt hast, dass da eben medial die Faszialata, das ist nicht ein so ein genau schönes dickes Konstrukt, wie du das vorher gemeint hast, wie die Amerikaner das eventuell beziffern, sondern hier sieht man, das ist ganz durchlöchert. Und hier wurde quasi über der Fossa ovalis oder auch dem Hiatus aphänus, wo die Chirurgen werden sich da auskennen, wo die Krosse quasi bei der Venenoperation hineingeht, also die potente Externe und die ganzen Gefäße, die da von dem Unterhautgewebe kommen, dort hineinzieht. Und hier ist auch eine Durchlöcherung gegeben im Bereich dieses Magophalsiformis, der sich dort aufzieht. Und dann sieht man, wenn man quasi da von unten hineinzieht, auch schon das Peritoneum, Parietale da beschrieben, wo die epigastrischen, die inferioren epigastrischen Gefäße, also die Arteria epigastrica inferiore und zircumflexa ilium profunda, hier ein bisschen als Variante in einem Stamm quasi abgehen. Da haben wir jetzt wieder die Geschichte und dann quasi dazu sieht man hier den Zufluss von der Venenassafena Wagner, weiter caudal im Bild. Und der muss hier quasi zuerst durch die Fasziakriprosa hindurch gehen, damit er quasi in diesen Gefäßdrichter hineinkommt. Und da sind wieder, wie der Tim das so schön aus der Zeichnung übernommen hat, so viele ganz kleine Löcher. Und dort muss man sich vorstellen, sind überall Gefäße ins Bindegewebe hineingesteckt oder kommen heran oder auch nerven, wie der Anselm das vorgesagt hat, in diesen Fettfaszientundeln. Vielleicht noch ergänzend, dieser Magophalciformis, dieser sichelförmige Rand, den du erwähnt hast, um den Iathosaphenus herum, den könnte man noch ergänzen, dass der eben C-förmig ist, mit einem Cornus superius und einem Cornus inferius. Das Cornus superius läuft aus Richtung Ligamentum inguennale, Richtung Leistenband. Und eben um zu unterstreichen, wie die ganzen Venen in die Tiefe abtauchen, das Cornus inferius geht Richtung Faszie des Musculus pectineus. Also das ist auch nicht nur so eine zweidimensionale Öffnung, sondern wirklich so gegeneinander versetzt, damit sozusagen die Gefäße vereinfacht in die Tiefe abtauchen können. Was ja auch rein, wenn man es fast philosophisch, anatomisch, sagen wir mal, Sinn macht, rein physikalisch, damit hier wenig Scherkräfte an den Gefäßen wirken können. Weil die Leiste und eigentlich die Vorderseite vom Oberschenkel ist ja auch nur gerade, wenn man das Bein etwas außen rotiert. Also es geht alles etwas nach medial und innen und ist auch etwas nach innen verrotiert quasi. Sprich, das ist ein Magerfalziformis, das ist ein bisschen wie eine Spirale aufgebaut, also eine halbe Spirale. Auch mal kurz zu diesem Bild. Es sieht ja aus, als wenn das eine Riesenstrecke ist. Aber das sind nur wenige Zentimeter vom Ligamentum inguinale, bis sich die Gefäße nach Kaudal aufzweigen. Und das macht die Punktion nicht sonografisch durchgeführt zu einem Verbandspiel, weil du nicht weißt, welches Gefäß du triffst. Und zweitens, Stefan, es ist toll, dass du gesagt hast, dass dies eine Variante ist, diese Bündelung der Gefäße oben. Und das könnte man eigentlich zu jedem Bild von uns nehmen, weil der Variantenreichtum der Gefäßeläuche ebenso hoch ist. Wenn man das recherchiert, gibt es ja ganz viele Varianten. Dieses, was ich auch vorher nur beispielhaft gesagt habe, mit dieser Cross, die man aus der Chirurgie quasi kennt, wo die Gefäße genau wie in einem Kreuz zusammen oder wie dieser Bischofsstab, daher kommt die Cross eigentlich, da zusammenlaufen. Das ist ja auch quasi ein Hilfskonstrukt zur Orientierung, aber das ist wahnsinnig variabel. Genau, wie der Tim das schon angemerkt hat. Wobei sich diese Bezeichnung Cross ja weniger auf die Kreuzform bezeichnet, sondern vielmehr auf das Abtauchen, das bogenförmige Abtauchen praktisch in die Tiefe der Vene. Generell in dem Bereich, das ist Einbünden, und das können die Gefäß- und Viszeralchirurgen, die viel Venen operieren, nur zu gut, diese Variabilität der Venen in dem Bereich, dieses Venencanvolut kann man auch als Venenstern bezeichnen, ganz umgangssprachlich. Und wenn man sich die einzelnen Venen anschaut, Tim, können wir vielleicht das Bild mit den epifaszialen Strukturen in der Region mal kurz sehen? Machen wir. Noch eben ganz kurz zur Variabilität, weil, Anseln, wir hatten vor dem Podcast noch kurz eine E-Mail hin und her geschickt, ob wir eine Zeichnung machen, ob es sich lohnt zu lernen, welche Gefäße auf welcher Höhe nach medial und lateral abgehen. Und dann hast du gesagt, so ähnlich, so kam das an. Ja, Tim, schöne Idee. B, vielen Dank für die Mühen, aber würde ich nicht machen. A, Variation ist zu groß. Was waren noch deine Argumente? Man muss dazu sagen, in dem Bereich hat man so immens viele Lymphgefäße. Und jeder dieser Lymphknoten, das können in der Region bis zu 20 größere Lymphknoten sein, hat natürlich auch zu- und abführende Blutgefäße. Und die können je nachdem schon sehr ausgeprägt sein. Hierzu kommt, dass einige von diesen Venen, die in diesen Venenstern eintreten, auch selber nicht besonders klieberstark sein müssen. Wenn man sich zum Beispiel die venepotente Externe anschaut, das Beispiel, das können mehrere kleine Venen sein, die sonst, wenn man sich am Arm oder so anfinden würde, nicht mal irgendwie benennen würde. Dort haben sie eine eigene Bezeichnung. Die können einen gemeinsamen Stamm haben, die können gemeinsam aus einer Venen-Saphen-Akzessore-Medialis abgehen, aus der Saphen-Magna, ganz unterschiedlich. Also da, das irgendwie verallgemeinern zu wollen, man muss generell in der Region unglaublich aufpassen, weil auch natürlich zusätzlich zu den Venen auch immer Atterien laufen. Die sind auch nicht besonders klieberstark, aber immerhin. Dann hattest du gefragt, ob wir nochmal zu der Abbildung kommen, mit den oberflächlich zur Facialata gelegenen Gefäßen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, bitte. Da sind die Lymphknoten zum Beispiel. Genau, das sieht man jetzt schön. Also in dem Fall haben wir jetzt mal eine linke Seite, aber das ist eh passend, weil deine Ultraschall, wie du dann noch zeigst, sind mir nicht täuscher auch alle links. Jetzt sind wir da einfach nur Epifaszial. Seitlich sieht man praktisch den Rand mit dem Hintergument und der darunterliegenden Subcutis. Was man da sieht, angedeutet natürlich oben auch das Leistenband, beziehungsweise die dadurch aufgetretene Furche. In grün dargestellt die Lymphknoten. Wie gesagt, hat man in dem Bereich einige. Ganz grob gesagt sind das nur die Lymphoidee inguinale Superfizialis, also die oberflächlichen Leisten-Lymphknoten. Zu den Tiefen kommen wir dann auch noch gleich. Vom Prinzip her, die sind in ihrer Anzahl und in ihrer Lage sehr variabel. Stark vereinfacht kann man sagen, die oberflächlichen Leisten-Lymphknoten bilden um den Hiatus-Saphenus ein T, also ein hartes T mit einem horizontalen und einem vertikalen Schenkel. Der vertikale Schenkel verläuft meist parallel zur Vena-Saphena-Magna, kann aber auch nur einseitig sein, braucht jetzt nicht beidseits Lymphknoten haben. Der Querschenkel läuft eigentlich knapp distal des Leistenbandes, parallel dazu knapp distal davon, und kann man auch in einen superlateralen, in einen supermedialen Trakt aufteilen. Die Grenze ist in der Regel die Vena epigastrica Superfizialis. Man ist oft im Sezierseil überrascht, wie groß diese Lymphknoten sind, verglichen mit anderen Körperregionen. Und zum Beispiel am Hals wäre so ein großer Lymphknoten schon höchst pathologisch. In dem Fall könnte er auch mehrere Zentimeter lang sein, das ist normal. Oft ist es auch so, dass man mehrere Lymphknoten hat, die zum Beispiel über Parenchymbrücken verbunden sind. Also dann hat man auch einen vier Zentimeter langen Lymphknoten, der absolut physiologisch ist. Und eben sind diese Lymphknoten über Lymphgefäße ständig untereinander verbunden. Das kommt dazu. Ich habe nachträglich noch eben schnell ein Foto, Entschuldigung, eine Ultraschallaufnahme gemacht. Das ist für mich eine vollkommen normale Durchblutung eines Lymphknotens. Das ist jetzt ein spezieller Farbdoppler, der auf diese niedrigen Flüsse ausgelegt ist. Aber das bestätigt das, was du sagst. Und das ist durchaus etwas, was man bei der Punktion aus meiner Sicht berücksichtigen sollte, dass man da schlichtweg nicht durchsticht. Stefan, magst du kurz was dazu sagen noch zu den tiefen Lymphknoten? Weil du hast vorhin schon den Schnitt unter dem Leistenband besprochen. Genau. Also den Schnitt unter dem Leistenband haben wir vorher besprochen. Die tiefen Lymphknoten selber, also die Lymphknoten, wie der Anselm schon vorher erwähnt hat, die liegen einerseits oberflächlich und haben dann aber eben über diesen Gefäßtrichter wieder eine Verbindung in die Tiefe. Also die folgen eigentlich dem Muster der Venen, kann man sagen, und steigen und verbinden sich dann quasi über diese Fossa ovalis dann auch mit Lymphknoten, die dann darunter liegen und dann unter dem Ligamentum inguinale quasi die Lymphbahnen und Lymphknoten dann entlang den Iliakalgefäßen wieder retroperitoneal kommen. Und dann in weiterer Folge zur Aorta. Und da gibt es eben einen, sage ich jetzt einmal, einen markanteren, den Rosenmüllerschen Lymphknoten. Deswegen gibt es ja auch dann dort wieder die Lacuna... Pardon. Lymphatica. Deswegen gibt es ja dort auch die Lacuna Lymphatica, wo eben dieser eine, sage ich jetzt einmal, klinisch relevante, der dann von Rosenmüller beschrieben wurde, quasi der Größte, der da drin liegt, dann einen von diesen inguinalen Lymphknoten, tiefliegenden Lymphknoten beschreibt. Und auch der Bereich, das hat man vielleicht, Tim, falls du dann das eine Bild noch herzeigen kannst, vom Lanzwachsmut, da haben wir auch so einen schönen Querschnitt quasi im Bereich des Ligamentum inguinale. Das ist Corning, das hast du mir noch geschickt. Der Tipp kommt von dir. Pardon, das ist da Corning noch, genau. Achso, kommt eh von mir. Okay, gut, jetzt vertue ich mich schon selber. Also da sieht man noch etwas dreidimensional, da sind die Muskeln quasi grob etwas unterhalb des Leistenbands abgeschlitten. Die Faszialata, da wurde quasi, man kann es dann noch weiter einteilen, da haben wir gesagt, das lassen wir eventuell weg. Da gibt es noch ein oberflächlich und so ein tiefes Blatt, da gehen wir gar nicht weiter großartig drauf ein, weil das sonst massiv verwirrend ist. Und dann gibt es da im Sema medial diese Septumfemorale, medial von den Gefäßen gelegen, also von der Arteria und Vena femoralis. Und hier im Bereich von diesem Septumfemorale können dann auch schon Lymphknoten sein. die hier quasi drinnen liegen. Und deswegen wird das eben manchmal als Septumfemorale oder als Anulusfemoralis beschrieben, weil meistens ist diese Septumfemorale jetzt auch nicht, wie wir vorher gesagt haben, so ein massiv dickes Band, sondern das ist meistens nur eine ganz feine, wie hast du gestern gesagt, Anselm, subseröse eigentlich Bindegewebsbahn, oder? Naja, subseröse ist schon noch ein bisschen Bindegewebe dazwischen, aber es ist im Grunde wirklich nur eine dünne Trennschicht und auch eine Schwachstelle, weil das ist genau die Stelle, wo eben dieser Canalis femoralis sich auftun kann und eben dort können Schenkelherrnien durchtreten. Genau, also Tim, da wäre die Frage, wenn du, weil du gesagt hast, beim Ultraschall hast du dann auch schon manchmal femoralherrnien geschallt, wo du dir gedacht hast, wenn ich da jetzt blind hineinsteche und ich habe Pech, steche ich ja den Darm rein. Man, das ist schon, da musst du schon viel Pech haben, aber es reicht ja auch nur, wenn ein bisschen was hineinschaut. Das erklärt auch wieder diese peritoneale Nähe, deswegen finde ich das so gut, wie du gesagt hast, da quasi nur nach Tastmethode das zu machen, vor allem, wie wir in der Vorbesprechung schon mal gesagt haben, bei dem klassischen kardialen Patienten, wo das, sage ich jetzt einmal, das subkutane Gewebe etwas besser aufgebaut ist teilweise, da verschwimmen ja ganz schnell diese Grenzen, weil da hast du ja auch dann oft die Leistenfurche, die wir vorbesprochen haben, nicht mehr als anatomische Landmarke, die hast du am athletischen, schlankeren Patienten vielleicht, aber ich sage jetzt nicht einmal, zumindest nicht beim österreichischen Standardpatienten, kann man sagen. Und was man an dieser Zeichnung diskutieren kann, ist, dass das ja der Ort ist, wo wir punktieren würden, also etwas weiter Kaudal vom Leistenband in der Leistenbeuge. Es lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, hier jetzt alle Gefäßabgänge einzuzeichnen, die dort sind. Die Kernaussage für den klinischen Arzt ist, glaube ich, nehmt den Farbdoppler, macht ruhige Bewegungen und schaut nach, was es dort gibt. Das ist wirklich am sinnvollsten in diesem Bereich, wenn man da einen Zugang haben möchte oder eben sich die Vorheit vielleicht anschauen möchte, wie es dort anatomisch ausschaut, dass man wirklich sagt, die ganzen Gefäße jetzt genau zum Benennen, denn das geht aus einem Querschnitt, den man in einem Ultraschallbild hat, sowieso nicht heraus, wenn man jetzt quasi out of plane das Ganze machen würde zum Beispiel. Aber dass man weiß, wo man hinsticht dort, ist, glaube ich, viel wichtiger. Aber da kann der Tim dann sicher noch mehr dazu erzählen, zu dem Ganzen. Beziehungsweise, ich glaube, ich glaube, für einen Punkteur oder für einen Patienten ist es ja ziemlich wurscht, ob da jetzt die Epigastrica superficialis oder die Venacicumflexa ilium superficialis sei, da sieht der Blutgefäß, das am besten bei der Funktion irgendwie umschifft, um zum Zielgefäß zu kommen. Wenn ein arterielles Gefäß verletzt wird, also ich denke an Herz-Thorax-Chirurgie zum Beispiel, das kann ein Ast von der Thoracica interner sein, das kann schon so signifikant bluten, dieser kleine Ast, dass es zu einer Retorakotomie kommt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Kanülenführung unbeholfen ist und das ist ein Blutgefäß, ich bin mit der Spitze übers Leistenband hinausgegangen. Dort, auch wenn man übers Leistenband und nach Medial eben die potentalen Gefäße, also die potenta externa und die Epigastrica inferior, da bin ich dann schon sehr hoch. Also da habe ich dann mehr Angst, dass ich dann gleich in den Bauchraum reinrausche. Aber das sind klinisch ja die relevanten Hämatome, die Retroperitonealen, weil die schlecht zugänglich sind. Wohin soll das Blut fließen? Also die Blutung kann existieren. Wenn es nachblutet, musst du es chirurgisch entlasten oder du machst eine Peritonealdialyse. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Retroperitoneale Hämatome und die Leistengegend ist eben der einzige Ort, wo es auftreten kann. Und deswegen reden wir so viel über die Blutgefäße, über die Abgänge. Also was ist da, das würde mich schon, also mich, da habe ich gar nicht so viel klinischen Zugang, würde mich das interessieren von deiner Seite, Tim. Wo merkst du dann, wo geht dann am meisten, sage ich jetzt mal, oder am öftesten das Blut dann hin? Also siehst du da auch quasi, kannst du dir das vorstellen wie dem Bindegeweb Septen entlang? Oder geht es dann Richtung kleines Becken? Oder ist es dann eher weiter vorne an der Bauchwand? Oder wie verteilt sich da das Hämatom deiner Erfahrung nach? Oder breitet sich das sogar je nachdem aus Richtung Distal und füllt uns die tiefe Schicht vom Trigonum Femurale aus Richtung Kernalis? Das ist ja das, was wir klären müssen. Wohin blutet es, wenn ich nicht exakt punktiere? Wenn wir dieses Bild jetzt einmal angucken, du hattest ja gesagt, wenn man selbst die Faszie vom Iliopsoas noch trifft, da sind die Gefäße jetzt noch oberflächlich, das Gefäßtrichter ist, aber wenn dort ein Leck entsteht, nach unten kommt, dann bist du halt ventral. Der Faszie vom Iliopsoas aber schon retroperitoneal. Aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn man da, wie du das bei einer Vorbesprechung mal gemeint hast, das Gefäß ja quasi zu steil angeht, dann würde man das ja auch gegen den Knochen dort in dem Bereich drücken. Und das ist ja genau das Problem, wo man dann sagt, da habe ich Widerstand, dann steche ich vielleicht durch. Und dann eben kann es mir entweder subserös, also um das Peritoneum Richtung Becken herumlaufen, dann wäre es oberhalb von der, also oberflächlich, sagen wir so, damit wir es gescheit beschreiben, zur Faszie Iliopsoika. Und wenn man aber in den Muskel reinsticht, weil es wirklich... Ja, also wenn man hier mal guckt, das wäre das Ospubis, wo dann die Gefäße gegengedrückt werden. Und das sind diese raschen, zu schnellen Kanülenbewegungen. Nicht dieses vorsichtige, visuelle, sondern ja vielleicht ein fälschlicherweise grobschlechtiges Vorgehen. Das sind immer diese raschen, tiefen Einstiche, die man nicht kontrollieren kann. Und wenn man weiß, dass das Ligamentum inguinale gar nicht so breit ist, ist man sehr schnell über diese Ebene, wo man hier ist, drüber hinaus. Und wenn ich dort jetzt noch weiter nach Kranial komme und ein Blutgefäß durchsteche, auch wenn es anschließend korrekt kanuliert wird, dann kann es eine Blutung an der dorsalen Gefäßwand geben. Und die kann stetig sein, auch nochmals, weil es häufig ja antikokulierte Patienten sind. Das halte ich für kritisch. Nicht? Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, okay, treffe ich die Arterie, dann mache ich eine invasive Blutdruckmessung oder treffe ich die Vene, dann lege ich ein ZVK. Aber das ist ja nicht das, was du willst. Du willst ja gezielt entweder die Vene oder die Arterie treffen. Und der Beweis, dass dieses Bild noch gar nicht so weit weg vom Leistenband ist, dass man hier den Nervus Femuralis noch ventral vom Iliopsoas sieht, von der Fascia Iliaca. Und jetzt mal schaust, wie schnell die Vena Femuris Profunda von der Vena Femuralis abgeht und analog dazu zur Femuralis, die Arteria Femuris Profunda, dann kann man auch erklären, wie man, wenn man zu schnell sticht, durch eine Arterie venös punktiert und es nicht gemerkt hat. Und welches Gefäß jetzt wo, wie unter Kreuz ist auf wenigen oder mehreren Zentimetern nicht absehbar. Nicht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Arteria Femuris Profunda kanüliere, weil ich eine großlumige arterielle Kanüle einlegen will, dann habe ich zwar sicher eine arterielle Punktion, aber wenn ich es nicht visuell mache, wenn ich es ohne Ultraschall mache, dann muss ich eine große Kanüle zu dem Anschluss in die Arteria Femuralis vorführen. Und deswegen ist das immens wichtig, in dieser Region eindeutig, aus meiner Sicht, die Vena oder Arteria Femuralis zu punktieren. Und das erklärt alle Komplikationen. Und das ist ein ganz einfaches Bild, das sind ja nur vier gelbe Farbkleckse, die aber eindeutig sind, die du im B-Mode schon entscheiden kannst und den Gefäßen Namen geben kannst. Das ist im Prinzip eben, um da wieder einzuhaken von dem, was wir am Anfang besprochen haben, die Leistenregion ist einfach die Umordnungsregion von den ganzen Rumpfgefäßen, schon rein embryologisch gesehen, für die Extremitäten. An den Extremitäten läuft es dann meistens einigermaßen linear, aber in der Leiste ist, wie man sieht, fast, wie es auch jetzt schön dort im Power-Doppler zum Sehen war, fast alles möglich. Also dort ist auch die Beziehung so eng, allein die venösen Gefäße. Ich glaube, wenn man blind punktiert, ich habe es nur ein einziges Mal gemacht, dass ich da von der Vena Femuralis mal inguinal, was punktiert oder Blut abgenommen habe, aber da weißt du ja auch nicht, ob es dann, außer wenn es arteriell ist, das sieht man vielleicht beim Abnehmen, aber welche, ob ich wirklich in der Vena Femuralis war, kann ich ja gar nicht sagen, ohne Ultraschall oder in welchem Gefäß, weil da sind viele Vena. Ich zeige noch mal diese Panoramaaufnahme. Genau. Das wäre jetzt der Ort, wo man als Regionalanthesis die Nervus Femuralis Blockade machen würde und dort habe ich das Gefühl, ist die Arteria Vena Femuralis am Konsistenten. Aber das Problem, wie hier auch schon angedeutet ist, dass der Venenstern auch hier oben schon sein kann. Und du einfach nicht sicher sein kannst, welches Blutgefäß dort getroffen ist oder die Vene kann auch etwas dorsal unter der Arteria Femuralis liegen. Sie kann natürlich auch deutlich größer sein als die Arteria Femuralis. Weil es da so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ist meine Antwort. Ultraschall. Auf jeden Fall. Und weil du sagst, der Venenstern kann auch drüber sein. Klar, die Gefäße, vor allem die Venen, die trainieren von der unteren Bauchwand und um den Becken kam herum, vom äußeren Genital. Das ist die Venen, die sammeln das ganze Blut der Region ein. An denen kommt man fast nicht vorbei. Das Interessante ist ja, dass es durchaus Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, das muss man auch nach Landmarkentechnik beherrschen und die femoralen Kanulierungen sind die einfachsten. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wie Ritter der Kokosnuss da alleine unterwegs und ich habe das Gefühl und durch euch bestätigt, die anatomischen Argumente sind auf meiner Seite, dass wenn du ganz sicher sein willst, dann musst du gucken, was du da machst. Zumal es ja nicht um eine Blutabnahme geht oder eine BGA, Stefan. Also in dem Sinn auch, wenn man sagt, man möchte wirklich, wie es im Englischen heißt, dass du sagst, mit den Vascular Wires, dass du da wirklich mit einem großen Volumen hineingehst und du möchtest eine Schleuse haben und möchtest vielleicht auch, je nachdem, wenn der einen Herzkatheter braucht oder was, arbeiten können. Das ist ja, da muss man sich vorstellen, wie du richtig sagst, das muss sitzen, weil sonst habe ich da nur Gefäßkomplikationen und im besten Fall brauche ich sonst einen Gefäßchirurg, auch wenn ich da zu schnell oder wahrscheinlich auch, das ist jetzt die Frage, wenn ich zu flach reingehe, kann es ja auch sein, dass ich die einfach aufschlitze vielleicht, wenn ich die punktiere, das Gefäß. Wenn die Kanüle zum Beispiel in der Wand steckt, in der Arterie, sind aus meiner Sicht gefährlich, den Draht gegen Widerstand vorzuschieben und das sind die Intimalesionen. Weil man muss ja bedenken, wir beschreiben da jetzt die normale Anatomie, aber im Endeffekt beim kardialen Patienten, das sind die Gefäße, so wie der Tim gesagt hat, im besten Fall hat man auch eine Schalauslöschung dorsal, dann sieht man gar nichts mehr. Aber dann weiß man wenigstens, wo das Gefäß ist vielleicht. Ein Argument, das meines Erachtens auch noch natürlich für ein Ultraschall spricht, ist dann im Anschluss an die Praktion natürlich auch die Lagekontrolle. Weil allein, wenn man sich überlegt, wir haben schon die Vene Epigastrica Inferio angesprochen, die geht ja unmittelbar vor, also mündet eigentlich unmittelbar vor dem Leistenband. Dann geht noch die Vena Circumflexa Ilium Profunda ab, plus, was es natürlich auch noch gibt, über einen Ramus Superiosis Pubis, einen Ramus Bubicus, der sich mit der Vena Obduratoria verbindet. Also das sind einige Gefäße, die gleich Kranial des Leistenbandes in die Vena, in dem Fall noch Iliaka externer münden. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrung, dass man da irgendwie so eine, wie soll man sagen, eine Via Falsa nimmt, dass man da ins falsche Gefäß abbiegt, versehentlich? Es hängt von der Kanüle ab, die du nimmst. Also wenn es ja zum Beispiel eine Kanüle ist, die bis über die Iliaka hinaus in die Aorta vorgeschoben werden soll, arteriell, dann ist der Draht sehr lang, dann spürst du es, der hakt. Da würde man nicht anfangen zu dilatieren. Ab und zu werden solche Interventionen auch unter Durchleuchtung gemacht, radiologisch und mit Kontrastmittel sehen kannst, wo du bist. Gefährlich sind so mittelgroße Gefäße, Notfallsituationen, zum Beispiel auch noch Unterherzdruckmassage, wo du nicht eindeutig sagen kannst, wie ist der Draht. Und du verlässt dich immer irgendwie ein Stück auf Führen, Fühlen und Bauchgefühl. Und dann die Dilatation ist gefährlich, auch wenn du da zu schnell bist, zu rasch vorschiebst. Das Gefäß zeitlich nicht mal mehr die Chance hat, sich einem starren Dilatator wie so ein Koloskop vielleicht anzupassen. Ja, da setzt du halt die Verletzung. Also beim ZVK ist der Draht ziemlich dünn, Anzellen. Da spürst du es auch, wenn er nicht weiter vorgeht. Aber vergleichst du es mal mit der Jugularis, da sind ja auch schon in der Vena Pericardiophrenica, in der Vena Thoracica interna, da lag überall schon ein 14G-Katheter. Und alle haben geschworen, der Draht ging super leicht vor. Warum auch nicht Femoral? Du hast vollkommen recht, ne? Ja. Es werden noch Podcasts kommen, also einmal die Punktion von Kardiologen und dann auch die Kardiotechnik kommt zu Wort, wenn es um die Kanulierung der großen Gefäße mit den großen Kanülen geht. Und ihr beiden, ihr habt heute den Grundstock, wirklich den maßlegenden Grundstock für Diskussionen für die folgenden Podcasts gelegt. Deswegen freue ich mich nochmals außerordentlich, dass wir im Detail das hier alles so besprechen konnte. Ich gucke auch so ein bisschen neidisch auf deine Buchwand hinten. Anselm, ist das alles Anatomie? Nein, ist nicht alles Anatomie. Und Steffen, du hattest dein Buch schon in der Hand, dein digitales Buch. Also mein digitales, ich habe gedacht, ich brauche für diesen Videocast, falls ich möchte, keine Werbung für einen Verlag machen, aber so eine kleine Schummelunterlage, wenn man möchte. Man sieht, ist auch ganz schlank, das ist übrigens nur der Bein und Statik. Einer von sieben Band von sechs oder sieben, Entschuldigung. Es gibt einen geheimen Beckenband, aber den gibt es nicht mehr als neue Auflage, nur für die Insider. Wir dürfen die Hörerinnen oder Hörer dich anschreiben, also ich könnte das über Radio Megahertz weiterlaufen lassen, wenn sie einen Anatomie-Tipp haben wollen, ein Buch, wärt ihr dazu bereit, ein, zwei Namen zu nennen von guten Büchern? Sicher. Gerne, also da gibt es kein Problem. Also falls man da sich weiter vertiefen möchte, gibt es genug Tippmöglichkeiten. Also wenn man alleine von diesem Videocast heute die Bücher, der Tim hat ja schön überall beschriftet, aus wo die quasi, welche Bilder als Vorlage gedient haben für diese Zeichnungen, die kann man alle auch gerne mal anschauen. Wie gesagt, es ist teilweise ältere Werke dabei, da muss man dann mit der Nomenklatur ein bisschen schauen, dass man zurechtkommt, aber das meiste ist eh immer sehr ähnlich oder erklärt sich dann, wenn man bei der normalen Anatomie schon Bescheid hat. Das größte Problem für mich ist immer noch die Nomenklatur, die korrekt in der Klinik umzusetzen. Vermutlich wird die klinische Benennung mit Arteria Femoralis Communis zumindest bestehen bleiben, aber Arteria Femoralis Superficialis werde ich nicht sagen. Aber das mit Femoralis Communis ergibt ja auch dahingehend Sinn, da man halt wirklich eben diesen klinisch relevanten Abschnitt des Gefäßes beschreibt, weil wie gesagt, die Anatomen machen es sich da leicht, für sie sind die Vasa Femoralie, das ist die gesamte Strecke. Wenn man jetzt einen radiologischen Befund schreibt oder wenn man als Interventionalist oder als Gefäßchirurg seine Berichte schreibt, das ist natürlich auch für den Leser deutlich nachvollziehbarer, wenn man sich an der klinischen Nomenklatur anhält. Genau, oder die Streckeneinteilung, die Angiologen machen das ja immer, die sind da ganz genau, wie viele Strecken hat welcher Gefäßabschnitt quasi, damit man genau die Verkalkungen beschreiben kann und solche Sachen. Das macht klinisch meistens auch alles Sinn vom Background her. Sag ich mal, entweder alte anatomische Ausdrücke oder klinisch anatomische Ausdrücke gibt es ja, weil du den Brustraum angesprochen hast, das Team ja dort auch, da brauchen wir nur über die Arteria Anonima, wie der Trunkus Bachacephalcus noch immer genannt wird. Ja, genau, sehr gut. Ja, das ist, das wird halt noch immer so benannt, die Arteria Anonima, genau, weil da gibt es ja schon einen Podcast von dir, oder? Ihr beiden Lieben, wir haben eine Stunde Recording-Zeit, da wird noch etwas rausgeschnitten, wir können den Hörerinnen und Hörern nicht zu viel zumuten, auch wenn wir es noch, wir könnten auch was aufmachen und was trinken und noch ein bisschen weiterplaudern, das macht so einen herrlichen Spaß mit euch. Ich würde allerdings den Podcast so langsam beenden, einfach weil es viel Stoff ist, ne? Wir werden das bereitstellen auf der Webseite und ich möchte mich schon mal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr so viel Input dazu gegeben habt, bereit wart, das zu machen und dass das jetzt mit zig E-Mails, Zeichnungen, Kommentaren vorher ging, also vielen Dank. Ja, sehr gerne. Da muss man auch einen Dank eigentlich fast an dich aussprechen, weil du hast das wirklich das Ganze von jetzt Management, von der ganzen Sache und man merkt auch bei deinen Podcasts jetzt quasi, dass da einfach dein ganzes Herzblut, muss man fast sagen, drinsteckt, also dass da das, das muss man sagen, ist schon ein Wahnsinn, was du dir da unter Anführungszeichen, was du da aufbaust oder aufgebaut hast schon, ne? Und alleine auch das ganze Technische von der Webseite. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Anatomie der Leistengefäße für Punktionen und Kannulierung. Das war der Podcast mit Anselm Schwemmer und Stefan Orthaber. Jetzt geht es um dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ganz große Klasse, dass du es bis hier geschafft hast. Wir wissen, dass das viel Stoff ist. Deswegen haben wir auf der Webseite die Abbildung mit Beschriftungen dargestellt. Vielleicht gehst du dahin, besuch das. Und wenn dir als Newsletter-Abonnentin, als Newsletter-Abonnent das gefällt, dann empfehle uns weiter. Mach's gut. Ciao.